So, let's go, ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu... Wollte ich schon Duke Nukem sagen, aber es ist Doom, nicht Duke. Von daher, wo ist meine Schlottflitte? Das ist ekelhaft. Och, nö, komm. Oh, mit einem Schuss! Ja, und er braucht drei! Hä, 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 hä! So, alles klar, oder? Witzig! Das war witzig! Achso, da komm ich her, super. Na, toll! Oh! Dieser Kopf, er könnte drauf vermuten, ne? Er könnte wirklich drauf vermuten lassen, ne? das jetzt... Ja, das lässt das irgendwie drauf. Irgendwie kann man drauf schließen. Irgendwie schon, ja. Das ist sehr... sehr hart. Okay. Ja. Interessant. Außenpost, ne Hölle. Okay, warte. Ich glaube, ich brauche noch eine andere Waffe. Oh, und es quietscht. Oh je, oh je, oh je. Okay. Oh ja, komm her. Komm her, komm, komm, komm. Wir wollen nicht kommen. Verdammt, 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 verdammt. Komm, komm, komm. Yeah. Ich will nicht mal wegfliegen. Okay, ja. Definitiv. Also, jetzt kommt der Endboss. Ja. 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 Und nochmals ja. Also. Ähm, ach so. Natürlich. Nehmen wir doch die Tür links. Nehmen wir doch einfach die Tür links. Oh, nein. Oh, cool. Ja, ich laufe halt einfach mal, ne. Witzig. Witzig. Ne. Ne. Wie, noch einer? Ach, geil. Ja. Okay. Wow. Ja, der war cool. Ich muss zugeben, der war cool. Der war echt nicht schlecht. Ach so. Ach, die kommen jetzt in unnötig letzter Zahl. Ey, gut, dann laufen wir einfach mal. Aber der war nicht schlecht. Da muss ich sagen, der war echt... Der war gut. Der ist cool geflogen. So. Okay. Oh, oh. Oh, je. Oh, je, oh, je, oh, je. So. Ich weiß nicht. Das könnte auch schließen. Ach, nö. Ah, jetzt komm. Jetzt nervt mich doch nicht hier, oder? Boah, ey. Der nervt mich ja krass. Komm. Willst du nicht sterben? Ja, gut, dann halt auf den vorletzten Schuss. Okay, jetzt, jetzt, jetzt. Ach, Gott. Nervt doch nicht. Nervt doch alle nicht. So. Was zum Teufel war das denn? Hä? Ach so. Oh, ist das cool. Ach so. Du darfst doch nicht reingehen. Ja, jetzt darf ich reingehen. Oh mein Gott, wie witzig. Ist das denn? Ach komm, ich laufe jetzt einfach nur noch, ey. Ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf. Ne, ich habe echt keinen Bock mehr drauf. Ja, gut. Ja. Ach so. Ja, ich habe das Gefühl, man nähert sich langsam. Der etwas größeren. Oh Gott, nee, ey. Ach Gott, nochmal. Der ist ja echt nervig, ey. Der ist ja echt nervig. Sag mal, was geht denn verkehrt? Würdest du nicht mal sterben? Hast du Probleme? Nee. Ach Gott, ich bin. So. Nerv ihn anders, nerv ihn anders. Bitte nervt doch einfach wen anders. Ja, gut. Die kommen in unbegrenzend Maße. Ja, danke. Ich stehe auf Schmerz, ne. So. Eins für die... Eins für die Hölle. Eins. Eins für die Hölle ausposten, ne. Eins für die andere. Au. Sind es... Ach, es sind schon zwei. Ach, es sind schon zwei. So. Jetzt... Aber mal ehrlich, ey. Habt Spaß doch mit euch selbst. Kein Bock mehr auf so'n Käse. Nee, ernsthaft nicht. Das packe ich nicht. Blöder Hellnight. Sowieso so langsam wie nix. Oh, liebe Leute, ey. So. Kommt er nicht noch? Ach, nee, da steht er. Ach so, läuft er dann mal rein. Da wird dann hinterher gespawnt. Nee, leider nicht. Schade. Ich mein, hätte ja sein können. Oh. So. Und was ist das? Wieder so ne... Was ist das denn jetzt? So. Also ihr könnt mich für blöd verkaufen, aber das sieht mir nach einem Boss oder einem Endgegner-Level aus. Und... Ähm... Ja. Das sieht mir sehr nach einem Endgegner-Level aus. Beziehungsweise werde ich entweder hingeportet oder sonstigen Scheiß gemacht. So. Ich nehm mal, wir haben schon mal ne... Oh, da hinten ist schon mal coole Munition. Ich geh jetzt mal einfach in die Mitte. Party? Nee. Okay. Tööö. Hab ich jetzt Kacke gebaut? Nicht, oder? Ich hoffe mal nicht. Muss ich irgendwie jetzt da gehen und die irgendwie aktivieren? Oder... Könnt mir mal jemand sagen, was hier abgeht? Nö. Kein Bock dazu, oder? Einfach nö. Einfach nö. Hab ich jetzt Kacke gebaut, hä? Muss ich mal da durchschießen? Nö. Das ist ja interessant. Das sieht zwar alles höchst interessant aus, aber bringt mir nix, wenn ich jetzt nicht weiterkomme. Boah, ist das dämlich, hä? Da hinten ist so ein Schlauch. Deswegen gehen wir jetzt dann mal... Ah, ja. Wahrscheinlich ist da so eine Konsole, wo draufsteht, aktivieren. Ja, wenn du schlauer. So, und was soll ich jetzt machen? Aha. Und jetzt portet er mich, oder wat? Ah, ja. Cool. Aha. Ich sehe Störungen in den Übertragungswellen. Marine, etwas bewegt sich auf Sie zu. Vorsicht! Ach so. Ja. Stirb. Ui. Ui. Ganz schön anspruchsvolle Gegner. Ganz schön anspruchsvoll. Meine Leute. Meine liebe Leute hier. Macht's nicht ganz so schlimm. Böses Wauwau. Wohl. Auch für dich. Das gilt für dich. Für dich. Au. Und für dich. So. Ja, 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 klar. Hier. Kannst du auch mal eine schmecken. Aua. 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 Das sind so kleine Hacker. He, he. Föhlmann. Was? Kannst du eine Übertragungswelle verursachen? Wille? Oh nein. Ich habe die Modulationskontrolle verloren. Wie, 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 wie? Was geht jetzt ab? Was geht verkehrt? Was geht jetzt ab? Was, was? Hallo? Doktor? Nein, Professor? Mach was. Mach was. Mach was. Ich fühle mich gemobbt. 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 Könntest du aufhören, einen Hellknights hier reinzubringen? Hallo? Der schaut doch irgendwo hin. Was? Was geht denn jetzt ab? Jetzt bin ich ja schon wieder hier. Gut, jetzt bist du stabil. Der Transporter hat 75% erreicht. Cool. In ein paar Minuten sollte ich die Überladung senken können. Aha. Ich registriere etwas in einer eingehenden Übertragungswelle. Das heißt? Etwas Großes kommt auf sie zu. Schon wieder? Ach du Scheiße. Okay, das sieht mir stark nach einem Endgegner aus. Das sieht mir stark nach einem Endgegner aus. Boah, leck. Wo ist meine fette Waffe? Fette Waffe, fette Waffe. Ja, brenne. What the fuck? Was war das? Coole Sache. Sehr cool. Okay. Ja. Also, ihr wollt mir erzählen, der Gute hat nicht abgespeichert. Ihr wollt mir das ernsthaft erzählen. Das wollt ihr mir richtig weiß machen. Ah ja. Witzig, witzig. Toll. Super. Cool, freu ich mich. Der Teleporter läuft an und sollte in wenigen Minuten die volle Leistung erreicht werden. Schön. So. Na dann. Kommt doch mal her, ihr kleines Schweinchen. Marine, etwas bewegt sich auf sie zu. Ach so, etwas. Und danach ist etwas Großes. Stirb. Soll sterben, hab ich gesagt. Oh nein. Bum. Bum. Buhu. 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 So. Hoppala. Buhpala. 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 Na? Yeah. Durch den Ring. Das ist ein Touchdown. Das war einfach ein Touchdown. Oh, was? Oh, super. Yippie. Guck mal, was der da macht. Da steht da rum rum. Oh nein. Ich habe die Modulationskontrolle verloren. Da steht da da rum rum. Ach Gott, hör auf. Yeah, die fliegen so geil. Oh Gott, nein, nein, nein. Nein, nein. Für dich hab ich keine Zeit. Für dich hab ich keine Zeit. Nein, keine Zeit für dich. Keine Zeit für dich. Nein. Hör auf. Hör auf. Hör auf. So, und jetzt speicher ich ab. Jetzt gehe ich da hinten hin und speicher ab. Wartet. Wait for it. Nein. Ja. So. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um abzuspeichern. Offiziell. Ganz offiziell. Ich würde sagen, bevor wir uns jetzt an diesen Bosskampf heranwagen Bevor ich wieder versage und wieder das endlos in die Länge zieht Bereite ich mich lieber seelisch drauf vor Und dann wird das schon irgendwie klappen Vielen Dank für's Zuschauen, ich hab's gefallen Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video bei Doom 3 BF Edition Mit mir dabei seid Mein Name ist Ben und ich sage für heute Auf Wiedersehen Tschüssi